HR-Transporte SVS Power Tool Radio 4U Dritte Liga, der 29. Spieltag. Der Tabellenführer der SV Sandhausen reist zum Tabellensiebten nach Erfurt. Gerd Deiß, der SV Sandhausen steht kurz vor einer Dienstreise nach Erfurt. Wie schaut es bei euch aus zu diesem Spiel? Gut, Personal sieht es so aus, dass bis auf den Zürcher und Halver alle Spiele einsatzfähig sind. Wir trainieren jetzt um 12 Uhr nochmal und werden uns dann um 14 Uhr auf den Weg machen Richtung Erfurt. Jetzt kannst du ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Dann wird David Ulm nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurückkehren? Ja, David Ulm wird wieder von Beginn an spielen. Das heißt also, Blacher, der ja im letzten Spiel ganz gut war, sitzt dann auf der Bank? So ist es. Also David Ulm kommt rein und David Blacher wird dafür wieder auf der Bank Platz nehmen. Jetzt ist es ja im Allgemeinen sehr spannend in der dritten Liga. Ihr seid Tabellenführer, wollt natürlich dort was holen. Unter der Woche gab es Nachholspiele, die du sicherlich verfolgt hast. Wie siehst du die allgemeine Lage im Moment? Gut, wir haben die Ergebnisse unter der Woche zur Kenntnis genommen. Nicht mehr, nicht weniger. Wir müssen nach wie vor auf uns schauen. Und wir werden alles dran setzen, was Zählbares aus Erfurt mitzunehmen. Dann ist wieder ein Spiel mehr absolviert. Und dann werden wir uns auf Aufgaben konzentrieren. Aber es besteht kein Grund, da irgendwo zu verfallen. Es ist alles so eng zusammen. Und jetzt wird es spannend, vielleicht bis zum Schluss. Erfurt, die haben natürlich auch noch die Chance, oben mit anzugreifen. Wie siehst du die Mannschaft? Wie siehst du die Chancen für den SV Sandhausen in Erfurt? Ich denke, unsere Chancen sind gut. Wie gesagt, wir können personell aus dem Pollen schöpfen. Und müssen das natürlich das eine oder andere beachten bei Erfurt. Das ist eine gute Offensive. Aber ich denke, wir sind in der Defensive auch so gut und so gefestigt, dass wir das im Griff haben und wollen dann über Konter zu machen. HR-Transporte Schnell Unsere Auftragseinnahme ist täglich 24 Stunden für Sie verfügbar. Besonders Gefahrgutbeförderung, Just-in-Time-Lieferung Lager Umschlag, Kommissionierung, Verpackung, Versand Service Nutzen Sie unsere LKW-Waschanlage unterm Sandelf in Leimen-Sand-Elgen. Unsere Fahrzeuge sind täglich 24 Stunden für Sie unterwegs. hrt-gmbh.de Das ist ein Schnellschlands. Und das ist ein Schnellschens. Das ist ein Schnellschens. Ganz durch.